Hey, schön langsam auf. Ja. 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 Ja, ich mag sie. Ich mag sie. Also, wo ist das Mädchen? Im Keller. Ja. Belly rubs, belly rubs. Ja, 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 ja. Da gab es Pfefferspray in die Visage. Geht's aber ab. Ja, 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 ja. Ich bin nicht zurückgekommen. Ich hab keinen Bock mehr. Auf dich und deinen Kadaver. Ja. Ja, was empfiehle, was empfiehle. Ja, 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 ja. 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 Ah, Kollegen, hörst du sie? Kollegen. Aber natürlich, Miss Jürgen Monique de Casté, sagt Ihnen das was? Sie hat 906 Katzen zu sich genommen. Von hier? Ja, aus den Kirchen und auch aus Calais. Insgesamt ungefähr 30 Tiere. Ich kann mich nicht erinnern, aber wenn so ein ewiger Schnurrweser hat, eigentlich das Aten und Leute. Hören Sie mal nur sehr. Ich weiß nicht, woran Sie suchen und ich bin wirklich sehr beschäftigt. Schönen Dank. Schönen Dank. Sag mal tschüss. Tschüss. Tschüss.